Fragen wir nach bei der Berlin-Korrespondentin des österreichischen Rundfunks des ORF, Birgit Schwarz. Guten Tag nach Berlin. Ja, guten Tag. Frau Schwarz, was ist das, was wir da seit gestern im Dunstkreis der GroKo erleben? Hat das schwarze Peter-Spiel so nach dem Motto, wer ist schuld am Koalitionsbruch, wenn er denn kommt, schon begonnen? Ja, das kann man ganz deutlich spüren. Ich fand es sehr interessant, dass gestern nicht die CDU-Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer aufgetreten ist als Reaktion auf den Parteitag der Sozialdemokraten, sondern dass sie ihren Generalsekretär vorgeschickt hat und den konnten wir dabei beobachten, wie er versucht, das Ganze runter zu kochen. Ich glaube, es gibt zwei rote Linien bei der Union. Das eine ist, man darf das Ganze nicht Neuverhandlung des Koalitionsvertrages nennen und die zweite rote Linie ist tatsächlich die schwarze Null. Das sind die Dinge, die nicht angetastet werden sollen, dürfen. Ansonsten glaube ich, sind viele Unionspolitiker, und das hat man ja auch schon in dem Beitrag gesehen, bereit, sich da jetzt nicht provozieren zu lassen und natürlich über Dinge zu sprechen. Also nicht neu verhandeln, aber zumindest reden wollen ja beide Seiten, auch wenn man auf Seiten der Union nicht so genau weiß, wer jetzt eigentlich ihr erster Ansprechpartner bei der SPD ist. Ist es der Fraktionschef, sind es die SPD-Minister im Kabinett oder die beiden neuen Vorsitzenden? Haben Sie den Eindruck, dass sich die Genossen darüber schon einig sind? Nein, ganz sicher nicht. Die SPD ist eine zutiefst gespaltene Partei. Das konnte man auch auf dem Parteitag erleben, auch wenn dann letztlich der Leitantrag eine sehr, sehr große Mehrheit bekommen hat. Aber man brauchte nur in die Gesichter der SPD-Minister schauen, um zu sehen, dass da vieles so läuft, wie sie das nicht möchten. Das heißt, es gibt durchaus auch in der SPD verschiedene Machtzentren, die müssen sich erst wieder neu sortieren. Und wir müssen auch sehen, wie sich die neue Parteiführung, die überhaupt keine Erfahrung hat mit der Politik in Berlin, wie die jetzt hier in der Hauptstadt ankommen. Gehen wir doch mal in die Inhalte, Frau Schwarz. Angenommen, die beiden Koalitionspartner treten doch noch mal in ernsthaftere Verhandlungen darüber, welche Wünsche wie in Regierungshandeln umgesetzt werden könnte. Wie könnte denn dann ein Quid pro Quo aussehen? Was könnte man sich einander gewähren? Es ist ganz schwierig zu sagen. Ich glaube, ein wichtiges Thema ist der Klimaschutz. Und da können sich beide jetzt so ein bisschen, können das von sich schieben, weil das gerade im Vermittlungsausschuss ist. Auch das haben wir gesehen im Beitrag. Ein Punkt, der immer wieder genannt wird, ist die CO2-Bepreisung. Da ist ja jetzt vereinbart 10 Euro pro Tonne. Das ist etwas, was eigentlich auch SPD-Politiker nicht mehr aufschnüren wollten. Der Letzte, der sich dazu geäußert hat, jüngst, ist der brandenburgische Ministerpräsident. Der sagt, 10 Euro sind eigentlich ein guter Einstiegspreis, obwohl der Parteitag der SPD da einen viel höheren Preis vereinbart hat. Das liegt jetzt im Vermittlungsausschuss. Und da haben die Grünen das sagen, weil die Grünen in elf deutschen Bundesländern mitregieren. Und deshalb glaube ich, obwohl das nicht fix auf der Agenda steht, dass wir auch da ein bisschen Bewegung erleben werden. Gestern Abend war ja die erste Runde im Vermittlungsausschuss, wo es ja eigentlich oder offiziell nur um steuerliche Regelungen geht. Und ich lese gerade, diese erste Sitzung gestern Abend hat noch kein Ergebnis gebracht. Eine Arbeitsgruppe soll bereits am Vormittag erstmals beraten. Glauben Sie, dass da tatsächlich noch Bewegung kommen könnte in die Frage der CO2-Bepreisung? Oder ist das letzte Wort da doch schon gefallen? Ich glaube, dass das letzte Wort da nicht gefallen ist. Das Wichtigste allerdings, worüber offiziell verhandelt wird und was auch auf der Agenda steht, sind Steuerausgleiche für die Länder, die ja Geld dadurch verlieren werden, dass dieses Klimapaket vorsieht, dass unter anderem für die Deutsche Bahn die Mehrwertsteuer geringer werden sollen. Das sind dann Einnahmeverluste für die Länder. Das will man sich vom Bund kompensieren lassen. Die CO2-Steuer wiederum wäre eine Einnahme für den Bund. Ich kann mir also ganz gut vorstellen, dass sich da womöglich noch etwas bewegt. Diese vorweihnachtlichen Zeiten jedenfalls versprechen, spannender zu werden, genau wie das neue Jahr 2020. Birgit Schwarz, Ihnen noch eine schöne Adventszeit und Grüße nach Berlin. Sehr gerne, danke.